Wir bieten Stadtwerken digitale Tools für Lead-Generierung und Kundenberatung. Erhöhen Sie die Interaktion und Besuchsdauer auf Ihrer Webseite und ermöglichen eine niederschwellige Kontaktaufnahme. Geben Sie Ihren WebseitenbesucherInnen interaktive Planungswerkzeuge an die Hand, individuell an Ihr Design und Ihre Produkte anpassbar. Das Energiehaus bietet einen Überblick über sämtliche Leistungen Ihres Stadtwerks rund ums Haus. Spielerisch erkunden Interessierte Ihr gesamtes Angebot im Privatkundenbereich. Der PV-Rechner ermittelt anhand weniger Angaben die ideale Größe einer neuen PV-Anlage samt Batteriespeicher. Außerdem können eine passende Wallbox und eine Wärmepumpe berechnet und angeboten werden. Der Rechnungserklärer ermöglicht es Ihnen, sämtliche Ihrer Rechnungen für Strom, Wasser und Wärme Punkt für Punkt interaktiv auf Ihrer Webseite zu erläutern. Kundinnen und Kunden informieren sich mit diesem Tool selbst und das je nach Anforderung auch in mehreren Sprachen. Unsere Online-Tools werden bereits von über 50 Stadtwerken im Netzwerk genutzt. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf. Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank.